herzlich willkommen zu einem neuen video von diesen freunde farbe wurde ersetzt er liegt mit einer magendarmerkrankung im bett oder was sagt heute ist allerdings matratze auf der toilette und normalerweise war geplant dass wir auf die gamescom fahren und wir haben gehört dass es ein paar leckereien gibt und gamescom food testen noch eine frage da dieses video bei dieses zeug gesponsert wird oder das heißt es immer bei uns bei uns stellt man sich nicht die frage muss ich geld mitnehmen oder irgendwas anderes oder meinst du das ernst denkst du wir lassen dich zahlen gleich wurde er voll getankt oder spesen für spesen steht diese zwei da diese zwei sind nur nicht für spesen bis später ich hoffe es auf jeden was immer gerade drin ist weil ich einen kampf hier rein zu gehen oder wegen essen hier sein ist aber auch ein skandal oder wir sind doch diese zwei und wir sind ein food kanal die sind ja keine streamer oder keine sonstwas deswegen hoffen wir dass wir hier fündig werden ich gehe mal davon aus und wenn nicht dann haben wir einfach einen coolen tag mit den neuen zwei freunde wir haben uns ein ziel gesetzt sag du mal unser ziel ist heute so viel kostenlos wie wirklich genau also wir versuchen alles mitzunehmen was es geht so und so sieht das hier aus ich hab schon da gehört kostenlos essen von dem jungen da ich hab da nur einen leeren teller gesehen in der hand mal gucken ich hab gerade ritter sport gesehen fahr mal mit einer schokolade an ok also das erste mal haben wir hier schokolade die kommen schon mal rein ist jetzt auf jeden Fall tot hier ja hier gab es nur so tote belegte brötchen mit dem gratis aber ist jetzt nur noch eine tafel schokolade bekommen ja ja sein sein ersatz komischerweise kommt er nicht sonst ne komischerweise kommt er nicht sonst so das ist die erste ausbeute also wir essen jetzt nudeln das hier ist bestimmt nicht halal wir braten die nudeln die bisschen lächerlich aussehen mit so einer curry soße und das ist okay kann man machen muss man aber nicht wer uns angelogen hat dass es da gutes zum essen gibt respekt gibt es einfach gar nichts wir haben gerade tote nudeln gegessen und das war's auch krepp wollten wir essen aber da war die Schlange zu krass mal gucken irgendwie ist auch hier tote dings ne man hat gar kein überblick irgendwie ne nirgends wo es was beschildert oder so man läuft gefühlt die ganze zeit in den gleichen ebenen rum also man weiß auch nicht wo man hingeht gar nicht gut ja 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 also muss doch auf jeden fall nicht sein da ist alles so durcheinander hier ne das kein überblick mehr laufen einfach die ganze zeit nach links nach rechts du kommst irgendwie gleich zum ort wieder an also jetzt müssen wir normalerweise in der richtigen halle sein oder besser gesagt in den richtigen hallen ja ja also die ersten hallen in denen wir waren die waren echt tot so neu rund neues glück jetzt sind auch in der richtigen halle jetzt macht es auch wieder spaß hier jetzt sind jetzt hier sind auch sachen die man jetzt kennt ne pokémon zum beispiel ok man schnappt die 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 ja wo ist die gehen raus an zoro da ist er wir haben zonguku gefunden der willi ist einfach wegen diesem scheiß pfeffer zwei stunden anstehen ja da war eine schlange gerade ne und das problem ist jedes spiel dort fünf minuten was denkst du wie lange wir haben gerade 18 uhr 22 was spielen wir 32 spielen wir fragen sich ob die geschichte wahr ist ich muss sie enttäuschen sie liegen daneben sie ist frei erfunden so nach dem enttäuschenden gamescom event hier sind wir jetzt hier obwohl ist empfehlung bei monties der hat hier neu aufgemacht gegenüber von pinox das auf der achener halal burger und wir testen mal spaß hier zu deinen empfehlung deine empfehlung hier eigentlich der doppelte aber weil wir jetzt nicht so krass hunger haben nehmen wir den single darf ich dich auch mal smashen so freunde wir haben jetzt zwei einmal den klassischen mit cheese onion und senf und ketchup und der kollege wollte hier mit der special sauce homemade sauce man die haben ja so ein haus gemacht also gefühl her weiß man beide rein und sagt welche soße besser ist wait a moment brot in den unnormal dem mcdonald's cheeseburger einen einen aber einfach besser ne einfach besser war das echt lecker ich möchte nochmal weißen war das krass probierst du mit meiner und der soße so ist das auch geil ne welcher schmeckt dir welche soße ja du bist du sagst den bürger muss ketchup mal sein unser mcdonald's cheeseburger ist einfach zu geil ja ja ich will einen einen und den das einfach besser nochmal wenn du den perfekt kriegst wie goldies zum beispiel ja ja genau genau das ist aber ehrlich oder der könnte schon der beste in köln seiner bruder so freunde danke dass du mich auf diese zwei wieder weg das war so mit dem video hat schwach angefangen aber stark das ende ja ein starkes ende eine auf jeden fall top empfehlung für euch 100 prozent empfehlung geht raus und der bürger halal also für die leute die darauf achten ist ein sehr leckerer hellal smash burger sehr zentraler 100 prozent also ihr könnt einfach vorbei einfach jedes schlendern wenn ihr hunger habt nehmt ihr euch einen burger und dann geht ja weiter sehr lecker in diesem sinne freunde war es das mit dem video in diesem sinne sehen wo es mehr wenn es heißt diese zwei sind wieder dabei wir sind wieder dabei und vergesst nicht unsere sachen zu abonnieren tik tok instagram jeden tag kommen auf tik tok sehr lecker abonnet oder abonniert abonniert abonnet 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 w w we Untertitelung des ZDF, 2020